Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Fiesta Online, ich bin's der Black, natürlich wer auch sonst. Wir sind immer noch im Zeikens Garten und suchen immer noch ein paar Pflänzchen und ich denke mal das machen wir genauso weiter wie beim letzten Mal, wobei wir die hier, vielleicht kommen wir hier noch so ran, ne das wird nix, na toll. Na komm, dann hauen wir den halt so um und holen uns dann hinterher wieder die Unsichtbar-Methode, die hat ja ganz gut geklappt und ich denke ich sehe keinen Grund das nicht einfach so vorzusetzen. So, den Geist nehme ich trotzdem die Karte ab, man weiß ja nie ob man die gebrauchen kann. So, rote Frucht Nummer 1, als nächstes muss ich nochmal gucken, wo war denn jetzt meine Unsichtbarkeit für Sache und überhaupt einfach nicht. Hallo, bin ich blöd? Bin ich doof? Verstecken? Okay, kein Kommentar. Manchmal weiß man's halt nicht. Ja, 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 so ist das halt mit dem Black. So, und Seelenpurgi wandert hier auch um. Die Gips, dass die hier durch die Gegend wursteln. Na gut, achso kann ich ja nicht einsammeln, muss ich dann erst in der zweiten Runde machen. Nun gut, wir sammeln erstmal ein und dann sehen wir weiter. Heute nehme ich eine einzige Folge auf, denn ich bin ein bisschen gespannt, muss ich zugeben, heute auf Netflix kommt ja die neue Star Trek Serie raus. Ich bin zwar eigentlich von den neuen Star Trek Filmen nicht so der Fan, während viele das lieber anzieht. Aber wie gesagt, ich mag lieber die alten und die, sagen wir mal, hat wahrscheinlich eher Bezug auf die neue Star Trek Serie oder auf die neuen Star Trek Filme, als auf die alten, auch von dem, ja, von der Ausstattung der Klingonen etc. PB, also von den, von den Aliens, die sind da wirklich ein bisschen zu überzeichnet, meiner Meinung nach. Ähm, aber, ja, mal gucken. Ich bin gespannt, ich gebe der Serie natürlich eine Chance. Ich hoffe, dass diese Serie auch ein halbwegs vernünftiges, äh, ja, Maß an, äh, ja, Kontinuität zu den alten Serien aufweist, weil alles andere wäre doof. Würde ich doof finden. So, ich würde aber mal meinen, das muss ich noch entscheiden. Ich bin auf jeden Fall gespannt drüber. Ich bin natürlich bereit, der Serie eine Chance zu geben, alles andere wäre auch doof. Äh, aber, ähm, ja, ich hoffe, ähm, wirklich, dass die im Vergleich dazu, ähm, also zu den Filmen doch besser ist. Wobei man natürlich immer dazu sagen muss, äh, ist meine persönliche Meinung und, äh, die, ähm, zählt in der Hinsicht halt. Weil, die persönliche Meinung sagt, ja, weißt du was, äh, die Serie ist scheiße. Oder, 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 oder sagt, die Filme sind scheiße. Äh, viele finden die Filme ja gut. Ähm, das mag vielleicht daran liegen, dass die, ähm, sagen wir mal, das richtige Star Trek nicht so kennen, können sich damit nicht so identifizieren. Im Prinzip hat man durch diese neue Sache, äh, oder durch die Filme viele neue Fans dazugewonnen. Oder viele neue Trekkies dazugewonnen. Aber die alten ein bisschen verstoßen teilweise, weil das, ähm, Reboot vom Universum, ähm, naja. Im Prinzip alles durcheinander geworfen hat. Äh, im Prinzip gilt nichts mehr, was man so kannte. Und, äh, das war ein bisschen doof. Auch, äh, sag mal mal, teilweise viele Logikfehler waren. Meiner Meinung nach in den Filmen viele, ähm, naja, Veränderungen, die nicht hätten sein müssen. Weil die einfach nicht so da waren. Und, äh, das ist, ähm, naja, gut, okay. Lässt sich jetzt nicht vermeiden. Wie gesagt, ich hab's ja schon mal ein paar Mal gesagt, glaube ich, als die Filme rauskamen. Ich bin Trekkie, ich werde immer Trekkie bleiben. Ähm, aber, ähm, naja, mit den Filmen konnte ich mich bis jetzt nicht anfreunden. Mal schauen, was die Netflix-Serie so macht. Ähm, dadurch, dass die sowieso noch von Netflix mitproduziert ist, also von Netflix produziert ist, sag mal so, eher so, weil die kommt ja nicht im Fernsehen. Ähm, kann es durchaus sein, äh, dass das, äh, noch ein bisschen komischer wird. Wir werden sehen. Ich geh mal von aus, ich rechne fest damit, dass da viel mehr Action drin sein wird, als, äh, sag mal mal, von den anderen Star Trek-Serien wahrscheinlich gewohnt. Aber, ja, gut, dann ist das halt so. Da lebe ich dann eben mal mit. Ähm, Action stört mich nicht. Ähm, ein bisschen, sag mal, Logikfehler, wenn sie nicht übertrieben werden, stört mich auch nicht. Aber wenn dann halt alles durch den Kopf, äh, oder durcheinander gehauen wird, das stört mich schon. Ähm, aber, naja, so, so weit ist es ja noch nicht. Erstmal muss ich sie mir angucken. Ich kann ja kein Vorurteil, äh, bilden, oder will mir kein Vorurteil bilden, äh, wo es noch gar nicht notwendig ist. Oder wo, eigentlich sollte man sich ja nie vor der Helle bilden. Das sollte klar sein. Hallo, Autolaufen aus Versehen angemacht. Äh, hüpp. So, rote Frucht Nummer 1. Es geht ja voran mit den Früchten. Und dann gehen wir weiter. Diese Früchtchen, die schaffen wir auf jeden Fall, äh, weil sonst kriege ich einen Knall. So, mein Frauchen, komm, auch gerade rein. Hallo, Frauchen. Äh, äh, ich meine, hallo, Frauchen. Ähm, ich habe jetzt nicht gehechelt wie ein Hund, weil ich Frauchen gesagt habe. Nein, nein, das würde ich nie tun, das wisst ihr. Ähm, ich renne lieber unsichtbar durch die Gegend und, äh, ja, sammle Blümchen, nee, Früchte ein. So. Und höpp. Und, äh, den Nächsten. Ja. Also, wir haben da hinten noch was. Wenn ich jetzt ein bisschen ruhiger bin und ein bisschen nervös klinge, das liegt halt daran, dass sie direkt hinter mir steht. Und das macht mich immer nervös. Äh, das ist, äh, sehr, 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 un... Äh, jetzt, jetzt, ne, hör auf, hör auf, jetzt fängt sie nämlich an zu stänkern. Genau, das ist der Grund. Ja. Frauen, legt euch nie Frauen zu, wie El Bandi schon gesagt hat. Frauen, man kann nicht mit ihnen leben. Ende. So ist es. Ja. Ja, aber jeder Mensch macht mal Fehler und deswegen habe ich halt auch einen gemacht. Das passiert halt. Naja. Nee, war natürlich kein Fehler. Ich bin zufrieden mit meinem Frauchen. Das passt schon, auch wenn sie manchmal ein bisschen nervt. Aber das ist ja bei Frauen normal. Das müsst ihr, müsst ihr verstehen. Frauen sind halt so. Hehehehe. Ja, jetzt hat sie mir gerade die Stinkerfinger gezeigt. Ja, sowas macht sie. So frech ist sie zu mir. Ich habe es schon nicht leicht. Nee. Es ist eine ganz Liebe. Ich bin, ich bin zufrieden und, äh, so soll es ja auch sein. So, ansonsten, äh, würde ich mal sagen, legen wir das neue Hütchen hier auf. Und geht, oh, verdammt, da habe ich eine vergessen. Ähm, ja, weißt du was, mache ich erstmal hier auf. Hoffe, dass die in der nächsten Runde noch da liegen bleibt. Und wenn nicht, dann habe ich halt Pech gehabt. Ja, das liegt alles an der Frau. Frauen sind an allem schuld. Sogar an der Schlechtwetterlage. Das ist bestimmt so. Ja. Sagt, sagt man immer so, habe ich gehört, dass man das sagt. Und wenn das jemand sagt, dass ich das gehört habe, dann ist das ja auch so. Und, äh, überhaupt. Naja, jedenfalls ist das sowieso hier Gartenarbeit. Warum mache ich die nicht und ich meine Frauchen nicht. Das ist gemein. Naja. Was soll's. Der will. Der muss. Aber wie gesagt, Star Trek, ich bin gespannt, äh, wie die Serie sein wird. Ähm, hatte ja, ja, hat durchaus, oder ich rechne ihr einfach mal Potenzial zu. Äh, zumindest von dem, was ich gesehen habe. Da waren natürlich viele Action-Trailer dabei. Ich hoffe, äh, das ist halt nicht so, um, wie bei den Filmen der Kontinuität folgend. Eigentlich nur, äh, eine Action nach der anderen. Das ist ein bisschen übertrieben. Es muss auch ein bisschen Handlung dabei sein. Aber ich denke mal, bei einer Serie gibt's die eh immer mit dabei. Von Haus aus, ob man will oder nicht. So. Da hinten sehe ich zwar noch eins, das mache ich aber jetzt nicht auf. Ich mache jetzt, äh, meine Runde. Weil ich glaube, das hatte ich schon aufgemacht. So, die sind einfach nur wieder spawnt. Das werden wir sehen. So. Und wir brauchen ja eh nicht mehr viel. Wir brauchen noch, äh, acht Stück. Ähm, hier vorne liegt mindestens noch eine. Jawohl. Zwei sogar. Sehr schön. Das heißt, fünf, haben wir. Okay. Das heißt im Prinzip, ja, noch eine Runde, dann müssten wir es eigentlich hinbekommen haben. Bin ich mal ganz zuversichtlich und gehe davon aus. Äh, so, ansonsten runter vom Viech und, äh, rin in die Versteckerei und los geht's. Juhu. Ja, das hat schon was hier. Dieses Versteckspielen. Ähm, ja. Sonst nutze ich es ja eigentlich nie. Ähm, außer um, in die Damen umkleben. Ich meine, ich nutze es eigentlich nie. Ähm, und, ähm, ja. Jedenfalls, ähm, ist es gut, wenn ich es auch mal verwendet, diesen Skill. Umsonst hat man den ja nicht. Ja. Dütütütüt. Vielleicht noch zum Angucken neuer Gebiete habe ich da ab und zu mal ein bisschen was verwendet und verschwendet. Aber, ähm, ansonsten gab es für mich ja da keinen Grund zu. So. Ich habe ehrlich gesagt, ähm, fällt mir gerade so ein, ich hätte ja auch mal probieren können, in den Verließen, dass ich da irgendwie durch, äh, mich spionieren kann. Aber, naja, muss ja auch nicht sein. Ich meine, die, die brennendes AD ja und sowas meine ich gerade. Die sind ja eh schon stark genug. Da brauche ich mich jetzt nicht noch, äh, großartig, ähm, überanstrengen. Aber, ähm, ja, wie gesagt, es hat einen Vorteil, so ein Skill hier. Ist schon was Tolles. So. Dann den hier noch. Und dann hätten wir, denke ich, alles aufgemacht, was aufzumachen gilt. Oder was aufzumachen notwendig ist. Ich gehe mal ein Stückchen rüber, bevor ich hier den Buff entferne, damit ich aufs Türchen komme. Und sammle alles ein. Die, die, die wir aber noch brauchen. Eins, zwei, äh, drei und, wo war's er? Hier. Vier. Okay. Das war's. Wir können gehen. Auf, auf und davon. Äh, rote Früchte alle voll. Das heißt, wir können ja mal gucken, ob, ähm, ja, Chimera da ist. Da gucke ich ja eigentlich regelmäßig mal wieder hin. Obwohl, nee, wünsche ich nicht. Wird wahrscheinlich um die Zeit sowieso nicht da sein. Scheiß drauf. Also, sagt man nicht, aber ja. Äh, propos drauf. Also, ihr wisst schon, was ich meine. Deswegen lassen wir das. Gehen nicht in die Hütte rein. Und dann, Hütten vorbei. So. So. La, 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 la. Sehr schön. Ähm, okay. So, wir sind bei, ähm, ja, das hatte ich noch, das war ja genau richtig. Außer mit der Laufgeschüttung. Ja gut, die hab ich ja drinnen eingelegt. Aber, ja, die Rollen laufen auch direkt aus. Das ist eine sehr gute Sache. Das heißt, das hat sich durchaus gelohnt. Ähm, so langsam, ähm, könnten die Quests langsam ausgehen. Es gehen Dornhöhle-Quests, äh, hab ich noch einige. Allerdings, wie gesagt, äh, da hat mich ja der Darkie dazu eingeladen. Mal gucken, ob wir das, oder wann wir das hinbekommen. Ich hab nämlich, äh, heute schon erfahren, dass wir wohl das nächste Wochenende, äh, ne, das übernächste was, glaub ich, aber schon wieder irgendwie verplant sind. Das ist momentan, ja, ja, na, ihr wisst schon. Wie immer halt. Ey, hört auf mich zu verfolgen. Ich glaub,'s hackt, ja. Brennen die mir einfach hinterher. So, einfach so, ohne, ohne Grund. Äh, so, was haben wir denn? Äh, Leipuns, äh, schwarzes Herz. Aber das war, glaub ich, auch in der Dornenhöhle. Ähm, also lassen wir das sein. Wie gesagt, das nehm ich mir da alles da vor. Und, äh, ja, Darkie hat glaub ich gesagt, ich soll erstens ein leeres Inventar und viel Zeit mitbringen. Das heißt, das wird wirklich ein Tag sein, wo wir da drin, äh, uns durch die Gegend zippeln. Naja, gut. Wird dann also einige Folgen am Stück dann Dornenhöhle geben, wenn's denn mal so weit ist. Aber, äh, noch ist es nicht so weit. So, brennendes Adelia, ähm, Dingens Adelia haben wir auch noch. Und, äh, da geht's auch noch nicht weiter. Hm. Nun gut. Was ist das ja? Achso, dunkles Land, na klar. Ähm, wir gehen erst einmal hier lang. So, Adelia betreten. So, Adelia. Ähm, Adrose, äh, Adelia sind wir ja jetzt. Können noch zwei Questis abgeben. Das machen wir gleich mal so gleich. Ähm, das wäre einerseits halt die Steine-Quest und natürlich die Früchtchen. Da haben wir's doch. Hui, ich freu mich. Äh, Lucky House, nee. Hier. Eddie, ich hab was für dich. Ah, da wirst du die Ohren spitzen, du. So. Und, dankeschön. Ähm, wo war die andere? Ja, da bin ich vorhin vorbeigerannt. Okay. Kein Kommentar. So. Hier, Carroir. Äh, äh. Okay. Ich glaub, hier gibt's ne Folge-Quest. Willst du mich vorall? Rote Früchte und eine Falle 2. Äh, äh. Äh, 218 Seelen von wandernden Pyrgis. Okay. Nun gut, weiß ich Bescheid. Heute muss ich nochmal da rein. Ganz toll. Äh, wir können aber ja trotzdem erstmal in die Liste gucken, was sonst noch so anliegt. Wir haben, äh, Malle Zeugs brauchen wir nicht. Das ist hier. Ade, 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 ja. Geheimnisvolle Kräuter. Ab da ging's glaub ich weiter. Die Kura-Blütenblätter. Genau. Äh, die wir... Hm, kein Standort finden. Aber die, äh, die gab's ja im... Ah, jetzt hab ich die Hilfe angeklickt. Nervig. Ähm, junges Kräuterblatt. Naja, was? Junges Kräuterblatt. Befestigung des Übergangslagers 3. Okay, da brauchen wir auch ein paar Kräuterblättchen. Äh, das brauchen wir nicht. Ähm, mhm, das brauchen wir nicht. Nö, das gibt... Sind die Kräuterblätter... Hä? Geheimnisvolle... Bin jetzt grad irritiert. Ne, das sind geheimnisvolle Kräuterblätter. Und das sind junge Kräuterblätter. Scheinbar doch zwei verschiedene Sachen. Nebelbären. Äh, äh. Okay, und dann hätten wir hier, ähm... Ja, Zeugs. Nebelschlange, Vampir, Vivi. Ähm, bei... Hä? Äh, Sumpf der Dämmerung. Ach so. Cleo bewirkt mich, äh, vom Sumpf der Dämmerung in die Dornhülle. Ich dachte schon, hä, du Sumpf der Dämmerung. Ne. So, Seelenpurgis, die haben wir gerade angenommen. Chimera, das wird wohl nichts mehr. Ähm, Elementarwasser. Angela, die Heilerin von Adelia, arbeitet an einer Arznei, die mit der sie verwundete Soldaten sehr schnell heilen kann. Bringen. Mhm, 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 mhm. Kriegen wir hin. Alles nach, so nach und nach. Hungrige Zombies, schwarzes Herz, Karuas Vorräte. Jo. Was auch immer. Das hier ist verführische Stimme. Mhm. Äh, Stimme, Dornhöhle. Also, okay. Äh, oh, hier haben wir noch eine Dress. Äh, mit... Ach so, ja, die Hunter Quest. Schneepurgis, äh, Röste, ähm, wir haben ein bisschen was zu tun. Ich würde mal fast meinen, ähm, wo sind hier geheimnisvolle Kräuter? Wir sollten hier die Karua-Blütenblätter und eventuell nebenbei paar Kräuterli, äh, zusammen sammeln. Das wäre doch mal eine Idee. Das heißt, wir gehen mal, ähm, in... Äh, ja, doch. Ins Tal von Adelia. Und, äh, gucken da dann mal, wo wir die Plättchen finden. War ja hinten bei den Mobs, die mir eigentlich ganz so gefallen hatten, ne? Den verdorbenen Typis da unten. Soweit ich mich erinnere. Und das Stück ist natürlich eine Hausnummer. Äh, aber wir werden dort schon hinbekommen. Da bin ich zuversichtlich, wa? So. Ansonsten würde ich sagen, können wir auch hier erstmal Schluss machen. Denn die Folge ist rum. Und ich will hier Star Trek gucken. Leute, es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Macht das auch beim nächsten Mal wieder, bitte. Und lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis denne. Und... Tschüüü secured. Tschüüüü.